Liebe Zuschauer, hier ist wieder Ihre Emma Stapel und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Gender Mainstreaming. Jeder hat davon schon einmal gelesen oder gehört. Aber was genau sich dahinter verbirgt, ist den meisten Leuten nicht klar. Dabei hat die Europäische Union die Genderstrategie als verbindliches Leitprinzip der sogenannten Gleichstellungspolitik festgelegt. Dies treibt mitunter skurrile Blüten. Und genau das haben wir uns einmal in Berlin angesehen und berichten zudem, aus welchen trüben Quellen sich die alles andere als harmlose Genderideologie speist. Unisex-Toiletten im Rat aus Berlin-Mitte, lesbische Ampelfrauen in Hamburg oder der Vorschlag der Kölner SPD, Regenbogen-Zebrastreifen einzuführen. Das sind nur einige Beispiele für die skurrilen Blüten, die die Genderideologie mittlerweile treibt. Was sich zunächst einmal nach einem schlechten Witz anhört, ist der Politik bitterer Ernst. Denn Gender Mainstreaming wurde in Artikel 2 des Amsterdamer Vertrages als für alle EU-Staaten verpflichtendes Leitprinzip festgeschrieben, das bis hinunter zu den Kommunen durchgesetzt werden soll. Ein Beispiel dafür ist der sogenannte gendergerechte Spielplatz im Stadtpark Berlin-Lichtenberg, auf dem sich deutsche Stimme-Mitarbeiterin Aileen Rohkohl und Ricarda Riefling, familienpolitische Sprecherin der NPD und Bundesvorsitzenden des Rings Nationaler Frauen getroffen haben, um über die Auswüchse des Gleichstellungswahns zu sprechen. Wir sind hier übrigens auf einem gendergerechten Spielplatz, der für viel Geld umgebaut wurde. Insgesamt hat die Berliner Senatsverwaltung 6,5 Millionen Euro investiert, um die Geschlechtsneutralität der Spielplätze hier in Berlin zu untersuchen. Und dieser Bolzplatz hier war früher ein großer, wurde dann aber gendergerecht umgebaut. Und zwar wurde er geteilt, dass auf der Hälfte dort drüben ein Bolzplatz entstanden ist und auf der anderen Hälfte hier ein Volleyballplatz. Es hat sich aber herausgestellt, dass sich das Nutzungsverhalten auf dem Spielplatz hier überhaupt nicht verändert hat durch den Umbau, also herausgeschmissenes Geld. Doch was ist Gender Mainstreaming überhaupt? Hören wir dazu zunächst Ricarda Riefling. Also die Verfechter von Gender Mainstreaming beabsichtigen die Abschaffung der Geschlechter. Es fängt dann halt an, dass man das soziale Geschlecht, weil die halt der Meinung sind, das ist anerzogen, dass man das abschafft und dann auch der Meinung sind, dass man da auch das biologische Geschlecht überwinden muss, um später eigentlich gar kein natürliches Geschlechterbild mehr zu haben. Also dass Mann und Frau abgeschafft werden. So irre es klingt. Für Genderideologen ist die biologische Existenz von Mann und Frau nur eine repressive gesellschaftliche Erfindung. Geschlecht ist demnach eine bloße Frage der Erziehung und kann durch Umerziehung geändert werden. Die Soziologin und Genderkritikerin Gabriele Kubi sieht darin ein gesellschaftspolitisches Programm, das in neomarxistischer Manier der Schaffung eines neuen Menschen dienen soll. Was beispielsweise in der vielsagenden Floskel die Optimierung der Humanressourcen, also der Erhöhung der Frauenerwerbsquote zum Ausdruck kommt. Gender Mainstreaming bedeutet also nicht nur die totale Gleichmacherei, sondern auch die Reduzierung der Frau auf ihre ökonomische Verwertbarkeit. Dass insbesondere Kinder die Leidtragenden dieser Entwicklung sind, zeigen die aktuellen Beispiele der sogenannten Sexualpädagogik. Und das bedeutet jetzt genau was? Dass immer mehr Länder in Deutschland auf ihren Bildungsplanen sich diese sexuelle Vielfalt schreiben. Das fängt schon im Kindergarten an. In Rheinland-Pfalz haben wir zum Beispiel den Kita-Koffer, der von dem Land gefördert wird, wo Spiele und Bücher drin sind, die Kinder auf kindgerechten Wege zeigen sollen, dass es normal ist, zwei Papas zu haben, dass ein Mann auch eine Frau sein kann, wenn er das will. Und da wird halt viel Inter-, Homo- und Transsexualität mit eingebunden und für ein Kind schon klargestellt, dass das traditionelle Familienbild damit in den Hintergrund rückt und andere Dinge halt hervorgehoben werden. In der Grundschule findet das auch statt. Da wird es nicht nur im Biologieunterricht vorgenommen, sondern es wird fächerübergreifend, das heißt auch Lehrer besuchen Seminare, um dieses Thema immer wieder mit einzubringen. Es wird auch empfohlen, dass Lehrer, die zum Beispiel homosexuell sind, vielleicht nicht sogar outen, dass man offen drüber spricht. Und das Schlimme ist halt, es ist nicht so wie es jahrzehntelang praktiziert wurde, fünfte, sechste Klasse, sondern es geht jetzt darum, dass es schon wirklich in der zweiten, dritten Klasse anfängt und auch Kindern halt damit beibringen will. Schwul sein ist normal. Tatsächlich nimmt der staatlich geförderte Genderwahn bei der Frühsexualisierung von Kindern seine erschreckendsten Formen an. Einen Einblick in diese perverse Welt bietet das Machwerk Sexualpädagogik der Vielfalt der Kasseler Soziologin Elisabeth Huida und anderer Autoren. Die Schrift, die sich an Pädagogen und Jugendarbeiter richtet, empfiehlt unter anderem mit Viertklässlern über diverse sexuelle Praktiken zu sprechen. Oder eine Übung, in der zehn Jahre alte Schüler dazu aufgefordert werden, ihre Lieblingsstellung mitzuteilen, während sie sich zu dynamischer Musik schwungvoll durch den Raum bewegen. Erklärtermaßen wollen Huida und ihre Mitautoren Verwirrung und Veruneindeutigung stiften. Für Ricarda Riefling ist Gender Mainstreaming eine ideologische Kopfgeburt. Wir möchten halt auch auf dem Sexualkundeunterricht betreffend, dass Eltern in ihrer Erziehungshoheit nicht mehr übergangen werden, dass Eltern mit einbezogen werden. Wir sind halt der Meinung und Auffassung, dass man in die sexuelle Entwicklung eines Kindes und eines Jugendlichen nicht eingreifen darf, also auf wieder natürliche Weise mit diesem Gender-Irsinn einwirken darf. Und wir fordern vor allen Dingen, dass das traditionelle Familienbild in den Vordergrund gestellt wird und dass es geschützt wird und auf keinen Fall mit anderen Irrsinn gleichgestellt werden darf. Also, ich bin mir über meine geschlechtliche Identität im Klaren. Und ich denke, Ihnen geht's genauso, oder? Wenn Sie möchten, dass wir Sie auch weiterhin über die Themen informieren, die die anderen gerne unter den Tisch fallen lassen, unterstützen Sie uns mit einem Abo der Druckausgabe der Deutschen Stimme oder einer Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihre Emma Stapel